Hallo und herzlich willkommen bei den Legend Gamers. Heute geht es ums Putzen. Mit dabei haben wir einen besonderen Gast. Stell dich vor. Hallo, ich bin der Finn. Also Finn, um welches Spiel handelt es sich heute? Es handelt sich um Dustforce, ein Hardcore-Gamer-Plattform-Spiel. Wie viele Figuren gibt es im Spiel und welche Fähigkeiten haben Sie? Es gibt acht Figuren, vier gute und vier böse. Die vier guten putzen und die vier bösen machen halt alles dreckig. Wie findest du die Atmosphäre im Spiel? Also ich finde sie gut, das sind mehrere Welten, einmal Mehrspieler und Singleplayer. Im Singleplayer kann man von anderen Menschen auf der ganzen Welt Rekorde brechen. Und auf Mehrspieler könnte man mit Freunden, mit Controllern spielen, ja. Ja, ähm, hat es eine bestimmte Geschichte? Eigentlich nicht. Es ist ein Hardcore-Plattform-Gamerspiel. Ach, cool. Ähm, wie ist der Schwierigkeitsgrad? Ist es so Einsteiger, also auch für Anfänger? Ja, ich würde es mal mittel bewerten, weil die Kombos und die Steuerung sind schon etwas mittelkompliziert, ja. Eine Zusammenfassung vom Spielen, wie ist es? Also das Spiel ist eigentlich sehr lustig, mit Freunden zu spielen. Und wenn man halt gerade keine Freunde hat oder gerade die keine Zeit haben, mit euch zu spielen, könnt ihr einfach Singleplayer spielen. Das macht auch sehr Spaß. Ähm, wie würdest du das Spiel bewerten von Sternen von 1 bis zu 5? Eine 3,75. Okay, das war's von den Legend-Gamer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.